Wie funktioniert die Logistik russischer Plünderung? Unterstützt das Militär den Abtransport geplünderter Kühlschränke? Wie kommt der Kühlschrank vom Frontsoldaten zu ihm nach Hause? Wir haben aus, wir haben zum Teil sehen wir Bilder, wo die Fahrt, die auf das Militärgerät die Plünderware gesteckt wird. Wir haben sehen, wir haben Videos gesehen von Kühlschränken, von Waschmaschinen auf Schützenpanzern in LKWs. Wir sehen Schützenpanzer mit oder wir haben sie gesehen mit Teppichen darauf. Und aus Belarus hatten wir das Beispiel, dass die Truppen, die sich von Kiew zurückgezogen haben, die sind dort schlicht und ergreifend zu einem kommerziellen Versandanbieter gegangen, zum Logistikanbieter. Und dort haben wohl Ukrainer dann die Sicherheitskamera gehackt oder vielleicht hat irgendein Sympathisant es den Ukrainern übergeben oder sowas. Und ich habe das so Lagebericht, was wird das gewesen sein, 30, 40 oder sowas um den Dreh, habe ich darüber dieses Video gezeigt und da konnte man sehen, was die alles gestohlen haben. Und dazu gab es dann Listen, weil die mussten das wohl zeigen, den Mitarbeitern vor Ort, was eben versendet wird. Und da waren dann Gitarren, da waren Kleidungsstücke, da war Werkzeug und so weiter. Und die haben es von dort aus dann einfach mit einem Versandanbieter in Richtung Ehefrau oder ähnliches geschickt. Also das, so lief das dann dort. Und wie gesagt, wir haben genügend Beispiele gehabt, wo wir Plündergut auf Fahrzeugen gesehen haben, auf Militärfahrzeugen, teilweise außen an den Schützenpanzer festgebunden, aber auch in LKWs drin, dann Ausgebombte oder sowas, wo man dann im Wrack klar die Überreste von einer Handvoll Waschmaschinen oder ähnliches findet. Dass das Militär es selbst mit der Logistik unterstützt, dafür habe ich bislang keine Belege. Aber ich muss auch sagen, ich habe nicht im Detail diesbezüglich irgendwie recherchiert. Das heißt, es ist möglich, dass es erfolgt, aber dass es befehlsmäßig erfolgt, würde ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir lediglich vorstellen, dass das Lokale halt einfach durch Einheiten effektiv Unterstützung erfolgt, weil sich halt jeder beteiligt und man dann natürlich den LKW nimmt, der leer von der Front zurückfährt, mit der Munition gebracht hat, dass man den halt dann volllädt und der LKW-Fahrer dann die Sachen irgendwo zum Versandbüro bringt. So würde ich das dann zumindest erwarten. Aber wie gesagt, irgendwo beschränken sich da dann meine Kenntnisse. Ich hoffe, das Video war interessant für Sie. In diesem Fall möchte ich Sie herzlich dazu einladen, nicht nur diesen Kanal hier zu abonnieren, sondern auch meine anderen Präsenzen, im Besonderen natürlich den Hauptkanal Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Bis bald und auf Wiedersehen.